Sie haben Angst. Nein, Sie haben Angst. Na gut, dann werden wir es ganz kurz machen. Für die zwei suchen wir einen Platz. Sie sind ganz brav, wenn Sie in einer Wohnung sind. Sie müssen weg, weil der Herr jetzt ein Baby hat, das allergisch ist. Und das ist wirklich sehr, sehr ungut. Und ich hoffe, dass Sie ein gutes Platz kriegen. Sie sind ganz brav, wenn Sie einmal nicht vor der Kamera sein müssen. Ja, wenn Sie keine Kameras zu Hause haben, bitte rufen Sie an. 0222 804 36 820. Bitte kommen Sie her. Ja, wir werden Sie es nehmen. So, wenn Sie anrufen wollen bis 19 Uhr. Oh, das machen wir schon. Oh Gott, oh Gott. Ja, ist ja schon gut. Den hätten Sie uns nicht auslatsen dürfen. Rufen Sie uns an, wenn Sie die zwei haben wollen. Vielen Dank fürs Kommen. Und hoffentlich finden wir auch einen Platz dafür. Ja, arm sind die. So arm. Wir werden jetzt nicht auslatsen dürfen.